Jetzt kommt für euch ein Mann aus der wunderschönen Stadt, in der man seinen Partner an der Leine spazieren führen kann. Aus Hannover mit dem schönen Flüsschen von der Hochschule Hannover, ein Mann der Bio-Verfahrenstechnik studiert hat. Und dabei geht es nicht darum, was man tut, wenn man eine Bio-Gurke isst und sich verfahren hat, ob man dann den Techniker ruft. Nein, es geht um andere Dinge. Dieser Mann wird euch etwas erzählen und ich hoffe und glaube, dass ihr beim nächsten Mal, wenn euch der Herr oder die Dame am Discounter an der Kasse fragt, wollen Sie noch eine Tüte dazu? Oder wie es in Berlin so gerne heißt, Tüte? Dann sagt ihr vielleicht, vielleicht doch nicht. Ich trage einfach mal die drei Kisten Bier auf dem Hut, unterm Hut nach Hause. Er ist außerdem Kaipoera, Kapoera, Kapoera, Kaipirinha und Kapoera, das liegt so nah beisammen. Kapoera-Professor in Hannover, hier kommt für euch Simon McGann! Ja, so, kann man mich hören? Das wäre wichtig. Prima, jetzt kann man mich hören. Ja, ich freue mich super hier zu sein, hier in Berlin und auf los geht's los. Auf los geht's los. Hey, mein Vortrag heute heißt Pimp My Bioplast. Das Ganze hat noch einen wunderschönen Untertitel und zwar den hier. Stabilisation von Polymilchsäure gegen hydrolytischen Abbau durch geeignete Additive. Das ist ein extrem langer Untertitel und ich habe einfach mal gedacht, was kann ich da machen, wie kann ich das ein bisschen kürzer fassen. Da habe ich mich mal inspirieren lassen von gängigen Vorabendserien und habe das zusammengekürzt so, das funktioniert nicht. Also habe ich mir einfach mal überlegt, dass ich jetzt meinen Untertitel mal komplett auseinandernehmen werde und jeden einzelnen fremden Begriff hier mal erkläre. Und anfangen tun wir hier erstmal mit der Polymilchsäure. Polymilchsäure in Klammern PLA, das ist ein Biokunststoff. Hört sich schon mal großartig an. Wenn wir vom IFEB auf irgendwelchen Messen rumhausen, dann ist es so, dass die Leute immer schon denken, dass sie eine grobe Idee davon haben. Dann kommen die Leute auf unseren Stand und sagen, hey, ja, ihr macht diese Biopolymere. Super cool, die kann man essen. Das ist grundsätzlich nicht zu verneinen, weil man kann eigentlich alles essen, Fußnägel, Fingernägel, aber ungefähr so denselben Nährwert haben dann eben auch die Biokunststoffe. Und das nächste, was dann kommt, hey, Biokunststoffe, die sind grün. Kann ich nicht so direkt verneinen. Biokunststoff gibt es in grün, haben wir hier so einen wunderschönen Anspitzer aus PLA. Allerdings haben wir den auch in rot. So ist es dann eben auch. Und das nächste, was kommt, was ich besonders lustig finde, ist, die lösen sich doch auf, wenn es regnet. Ich kann Ihnen versichern, dieser Anspitzer löst sich nicht auf, wenn es regnet. Vor allen Dingen nicht, wenn es regnet und er steht auf dem Schreibtisch dann drin. Okay, also, was sind Biokunststoffe? Vielleicht sollte man da ein bisschen weiter aussuchen und sagen, was sind Kunststoffe? Also Kunst kennen viele Leute, Stoff auch ganz viele. Es wäre also die logische Verknüpfung, dass das Kunststoff ist. Das ist es allerdings nicht, denn das ist nur Stoffkunst. Gut, aber was ist denn dann Kunststoff? Kunststoffe oder auch Polymere, da ist das Wort Poly drin, das sind also viele. Und das sind viele Monomere, die aneinander geknüpft sind. Ich habe hier mal so ein Beispiel. Das ist jetzt ein Monomer, das hat den linken Arm frei, den rechten Arm frei. Da können noch viele andere Monomere da mit ran. Der Chemiker macht sich das einfach und schreibt dann da ein End hin. Das heißt nämlich noch mehr. Und vielleicht, wer sich das nicht so ganz gut vorstellen kann, ich habe hier nochmal ein Modellbild. Also so würde dann so eine klassische Verknüpfung sein. Und das ist jetzt auch schon mal ein super Beispiel für einen Biokunststoff, weil er ist nämlich zu 100% abbaubar. Also hier sieht man auch schon, hier geht das schon langsam los. Okay, hier nochmal kurz ein zweidimensionales Bild vom dreidimensionalen Modell. Das Ganze groß gescrollt, sieht dann so aus. Haben wir schon eine ganze Menge über Kunststoffe gelernt. Zwei ganz wichtige Sachen an sogenannten Kunststoffen oder herkömmlichen Kunststoffen, ich habe die ganze Zeit in Hand spielt, seine Hand, sind die. Zum einen sind sie eben aus Rohöl, das habe ich mal dargestellt durch diese Ölfässer. Und sie sind nicht abbaubar, überhaupt nicht. Das heißt, das habe ich jetzt mal dargestellt durch die Mülltonne. So, schauen wir uns jetzt einmal die Biokunststoffe an. Da haben wir eigentlich drei Haupttypen. Einmal gibt es Biokunststoffe aus Erdöl, die biologisch abbaubar sind. Das sind dann zum Beispiel Komposttüten oder diese merkwürdigen Tüten, die jetzt bei Rewe und Aldi verboten worden sind. So, zweite Gruppe aus nachwachsenden Rohstoffen, Mais, Kartoffelstärke, irgendwas in der Richtung, aber nicht mehr abbaubar. Das ist dann zum Beispiel ein Zigarettenfilter. Der ist aus Zellulose, Acetat und eben nicht abbaubar. Dann kommen wir hier zur dritten Gruppe, meine persönliche Lieblingsgruppe. Aus nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar. Und in dieser Gruppe findet sich dann nämlich auch das PLA. Prima. Stellten wir uns dann einmal die Frage, gut, jetzt wissen wir, was Biokunststoff ist, aber warum? Wenn wir über Biokunststoffe reden und die Leute fragen, warum, sage ich als erstes, Leute, da gibt es so ein Ding, das heißt Peak Oil Szenario und das zeige ich euch hier. Da haben wir hier auf der Y-Akse Millions of Barrels per Day, die wir produzieren können und auf der X-Achse unten sehen wir die Jahre. Und wer jetzt so ein bisschen genau guckt, sieht, oh, da ist halt irgendwie, wir sind auf dem absteigenden Ast. Es ist halt echt ein Auslaufmodell. Und das ist jetzt von 1900 bis 2080, wenn wir diese Achse langziehen würden, von Christi Geburt bis 3000, dann sieht das ganze Öl-Szenario, blub, und vorbei ist es halt. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das irgendwie ein bisschen besser darstellen? Wie kann ich das vielleicht mehr Leuten begreiflich machen? Habe das mal ausprobiert bei Facebook. Das Ganze sah dann so aus, gestern YOLO, morgen what's the fuck? Ja, das Ganze gab dann 17 Likes, also hatte auch nicht die Durchschlagskraft, die ich mir eigentlich erhöht erhofft hatte. Okay, prima. Weitere Vorteile von Biokunststoffen, es gibt so ein Phänomen, das nennt sich Marine Littering. Das bedeutet, dass Kunststoffteile ins Meer kommen und da eben verbleiben. Im Moment sieht es halt so aus, dass wir pro Stunde etwa 400 Tonnen von diesem Müll ins Meer einschleusen und noch keine Ahnung haben, wie wir das wieder rauskriegen. Mittlerweile geht man davon aus, dass es etwa 500 Millionen Tonnen Kunststoffmüll sind, der im Meer rumschwimmt. Alle Leute sagen, okay, hier, Biokunststoff, das ist nicht die Lösung. Es gehört kein Kunststoff ins Meer, auch kein Biokunststoff. Aber ich würde mich wesentlich wohler fühlen, wenn es Biokunststoff wäre. Darüber hinaus ist es so, dass die Menschen auch mit anderen Materialien, zum Beispiel die Meere verschmutzen. Da hätten wir zum Beispiel mal sowas. Okay, haben wir das auch. Polymilchsäure, hatten wir eben besprochen. PLA ist ein Biokunststoff, er ist aus nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar. Schauen wir uns jetzt mal den nächsten Teil an. Was heißt denn hydrolytisch abbaubar hier in meinem Untertitel? So, hier auf der linken Seite habe ich mal so ein Polylactic Acid Monomer. Wir haben gelernt, hier N, habe ich gelernt, noch mehr. Wenn das in Kontakt kommt mit Wasser, gibt es folgendes Szenario. Und zwar auf dieser Seite. Wir sehen einmal, das Wasser ist komplett eingebaut und die Kette hat sich eben gespalten. Das heißt, Wasser wird eingebaut, verschwindet, meine Polymerkette wird geteilt. Dadurch wird das PLA spröde und verliert seine Festigkeit. Als nächstes habe ich mir mal überlegt, wie kann ich das mal darstellen. Hydrolyse ist einfach so ein Wort, das hört sich relativ spezifisch an. Aber was steckt dahinter? Und ich habe mir das mal überlegt, dass ich das gerne an zwei Platten darstellen möchte. Das ist einmal die Platte Nummer 1. Die haben wir aus dem PLA hergestellt bei uns im Institut. Die ist ganz frisch, die haben wir letzte Woche gemacht. Und die Platte Nummer 2 aus derselben Maschine. Diese Platte war aber für 120 Stunden bei 60 Grad im Wasserbad. Gut, los geht's. Ich habe hier mal einiges vorbereitet. Hier haben wir einen Nagel in meiner Brusttasche. Ich werde diesen Nagel immer auf diesem Normholzblock fixieren, soweit es mir möglich ist. Obacht, Nagel. Und wir erinnern uns, die Platte Nummer 1. Frisch aus der Maschine, letzte Woche, komplett unkonditioniert, Feuer frei. Genau darauf achten bitte. Nagel eingeschlagen, das war mein Mais. So, wir erinnern uns an die Platte 2. Ich schlage hier nochmal so einen Nagel ein. Die Platte 2 ist identisch zur Platte 1, war aber eben in einem Wasserbad. 120 Stunden für 60 Grad. Bitte jetzt einmal ganz kurz ganz genau auf den Nagel gucken. Das war jetzt nicht so eine dolle Performance. Prima. Viele haben das jetzt nicht gesehen. Ich habe mich deswegen entschlossen, auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen und das Ganze nochmal in Slow-Mo zu machen. Aufgemerkt. Hurra. Polymilchsäure. PLA ist ein Biokunststoff, der sich auf Basis nachwachsender Rohstoffe herstellen lässt und der biologisch abbaubar ist. Das ist gut. Allerdings, die Hydrolyse-Neigung von PLA schränkt viele Gebrauchseigenschaften massiv ein. Und das ist leider schlecht. Also, was tun? Richtig. Stabilisation. Stabilisation passiert in erster Linie durch sogenannte Additive. Das sind Hilfsstoffe, die man Kunststoffen zugeben kann, wie zum Beispiel Prozesshilfen, Farbmittel und so weiter. Und für uns sind die geeigneten Additive Carbodiimide. Was machen die? Ganz kurz gesagt, die verhindern eigentlich, dass das Wasser sich an das PLA anblocken kann. Wie funktioniert das am IFBB? Hier oben haben wir das PLA. Das sind diese kleinen Kugeln. Additiv dazu. Alles in die Spezialmaschine. Und hinten kommt raus die großartige Platte Nummer 3. Platte 3 besteht also aus PLA. 1,5 Prozent Stabilisator. Und das ist richtig, richtig gut. Wir kommen zurück zu unserem Wettkampf. Platte 2 hatte nur mäßige Performance. Platte Nummer 3 hat genau dasselbe widerfahren, was die Platte Nummer 2 erfahren hat. Ist also im Wasserbad gewesen. Und wir schauen uns dann mal an, ob wir da eine gewisse Performance... Das muss man sich mal angucken, das sieht großartig aus. So, Achtung. Damit habe ich den Nagel eingeschlagen und die Reste von Platte 2 kaputt gemacht. Das Ende vom Lied. PLA konnten wir erfolgreich modifizieren. Das gab mal hier so schlank 18 Likes. Da habe ich mich dann doch ein bisschen gefreut. Fassen wir zusammen. Die Stabilisation von PLA verlängert die Lebensdauer. Aber es bleibt ein abbaubarer Kunststoff. Und er zersetzt sich eben zu CO2 und Wasser. Ich habe eine ganze Menge erzählt. Ich habe auch nur eine kurze Zeit hier gehabt. Wenn es da Fragen gibt, dann würde ich hier mal diese Seite empfehlen. IFBB-Hannover.de Dabei ist das Hannover ganz wichtig. Zum einen ist es eine schöne Stadt. Zum anderen ist es so, wenn ihr nur IFBB eingibt, landet ihr nämlich auf der Internetseite. Beim Institut für Bodybuilding. Die haben auch echt eine großartige Seite, aber unsere ist viel informativer. Vielen Dank. In genau 10 Minuten und 4 Sekunden, der Mann, der Platten zerschlägt, Simon McGowan. Was würde Mutti wohl zu dem ganzen Dreck sagen auf der Bühne? Mensch, wir dürfen wieder wegmachen. Abbaubar, aber trotzdem müssen wir ja irgendwie wegkehren. Ihr habt genau 90 Sekunden Zeit für euer Voting. Musik 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 Die wunderschöne Stimme von Cucu Panini hat euch das Ende der 90 Sekunden angezeigt. Auch hier bitte bitte zu einem biologisch abbaubaren Ergebnis kommen. Einigt euch auf eine Punktzahl und bei 3, 2, 1 zeigt mir eure Votes. 3, 2, 1. Bitte alle in die Luft. Ich sehe 1, 2. Dritte fehlt noch hier oben hinten auf der Empore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unten. Und wir haben alle 10. Ich fange hier oben auf der Empore an. Eine 9, eine 9, eine 7. Hier unten im Publikum eine 8, eine 9, eine 9. 8, 9, 9 war das, richtig? Ja. Eine 8, eine 8. Und eine 9, eine 9. 3, 1 Matteis. 1 Chain. 2, 3 weit Youtube und bei 3! Wir haben alle 10, 4, 3моäldern geschafft. Mann, der seinen Anspitzer nicht im Regen stehen lässt, Simon McGowan, 85 Punkte!